Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf NoGeist. Ich habe heute Lust ein bisschen zu draften und ich dachte mir, wir machen eine kurze Einleitung. Was ist Draft überhaupt? Wie spielt man das? Was gibt es dabei zu beachten? Weil ja auch relativ viele neue Spieler mit MTG Arena ins Spiel eingestiegen sind. Was ist eigentlich ein Draft? Also Draft ist eine Methode, das Spiel zu spielen im sogenannten Sealed Format. Was bedeutet Sealed? Sealed bedeutet, dass in der Regel, wenn man das in einem Laden zum Beispiel spielen würde, man das mit verschlossenen Boosterpackungen spielt. Es gibt auf der einen Seite das Sealed von Pre-Release, wo man sechs Booster bekommt plus eine Pre-Release-Promo und daraus eben ein Deck baut und es gibt eben den Draft. Beim Draft kauft man sich in der Regel mit drei 15 Kartenboostern ein und probiert dann daraus ein 40-Karten-Deck zu bauen. So, man nimmt aber nicht einfach die drei Booster und öffnet die. Man macht das ein bisschen anders. Also man braucht sechs bis acht Spieler normalerweise dafür. Hier auf Arena können wir es alleine machen. Und man beginnt damit das erste Booster zu öffnen, guckt sich die Karten an, nimmt eine Karte raus, gibt das Booster weiter, kriegt also vom anderen Spieler einen Booster, guckt sich die an, nimmt eine Karte raus. Und das macht man dann halt so lange, bis man das erste Booster durch hat, dann kommt das zweite, das dritte, bis man am Ende einen Haufen Karten hat, die hoffentlich alle zusammen ein Deck ergeben. Worauf muss man nun dabei achten? Es empfiehlt sich, zwischen 15 und 18 Länder zu spielen. In der Regel zockt man 17, wenn man ein sehr aggressives Deck mit niedrigen Mana-Kosten hat, kann man auch mal was runtergehen. 15 spiele ich eigentlich sehr selten, also wenn dann mal so 16. Oder wenn man eben merkt, man hat eine sehr hohe Curve, man hat Karten, die sehr viel Mana kosten und will die auch auf jeden Fall erreichen, dann könnte man auch 18 spielen. 17 ist aber auch, was einem Emptiger Arena im Grunde schon vorschlägt. Beim eigentlichen Draften muss man dann so ein bisschen gucken, welche Karten sind eigentlich gut in meinem Draft. Also ein bisschen hängt das immer davon ab, welches Format man Draftet. Bei uns wird es jetzt das Hauptset 2020 sein. Wie schnell ist das Format? Welche Karten sind überhaupt möglich? Aber es gibt so ein paar grundlegende Aussagen, die man treffen kann. Zum Beispiel, was immer gut ist, ist Removal. Removal Spells, also alle Karten, die andere Kreaturen töten. Also Destroy, also Zerstörereffekte oder in Rot Schadenseffekte, womit du gegnerische, problematische Kreaturen entfernen kannst. Außerdem ist relevant, dass man auf die Mana Curve achtet. Also, dass man so im Bereich von 2 bis 5 Mana recht verteilt Kreaturen hat. So dass man nicht eben erst ab Runde 3 anfängt Kreaturen zu legen, wo ein Gegner mit einem schnellen Deck einem vielleicht schon unter Druck setzt. Aber eben auch nicht merkt, oh ich habe nur 1 1er und 2 2er in meinem Deck, mein Gegner an eine 3 3 gelegt, ich komme hier nicht mehr weiter. Ein gutes Spiel ist immer, wenn man auscurved. Also im Grunde, Turn 1, Turn 2, Turn 3, Turn 4, jeweils eine Karte hat, die Druck aufs Board bringt oder den Gegner, oder eben eine schöne Synergie miteinander hat, um daraus einen Vorteil zu gewinnen. Dazu ein Removal Spell, um eine gefährliche Kreatur beim Gegner loszuwerden. Das wäre wünschenswert. Man sollte im Hinterkopf haben, was die Archetypen des jeweiligen Formates sind. Was ist ein Archetyp? Also im Grunde sind das die Deckarten, die möglich sind zu spielen in dem Deck. Beim Design des Hauptsets wird geguckt, was kann man da spielen, das wird getestet und es gibt dann immer so ein paar generelle Strategien. Wenn man sich an die hält, haben die Karten innerhalb dieser Farben Synergien miteinander, also bauen aufeinander auf und ergänzen sich. In M20 sind das so in etwa 5 verschiedene Strategien. Das eine ist eine Go-White-Strategie mit hauptsächlich grün und weiß, aber auch ein bisschen mit schwarz. Also eine sehr symptomatische Karte dafür ist der Iron Root Warlord. Der ist halt so groß wie die Anzahl der Kreaturen, die man hat und kann halt selber noch Kreaturen machen. Karten in diesen Farben unterstützen das. Also zum Beispiel gibt es einen 1-Mana-Pump-Spell, der eine Kreatur plus x plus x gibt, wobei x gleich die Anzahl an Kreaturen ist. Oder es gibt eine Karte für 5 Mana als Hexerei. Alle deine Kreaturen erhalten plus 2 plus 2 und Trampel. Und ich glaube hier in dem Format ist auch für 4 Mana, alle deine Kreaturen erhalten plus 2 plus 1. Also all diese Karten arbeiten sehr damit, dass man viele Kreaturen hat und dann hat man einen größeren Output, wenn man die entsprechenden Kreaturen dazu spielt. Ein weiterer Archetyp sind Flyer, also fliegende Kreaturen. Dafür ist quasi die Posterkarte Empyrean Eagle, der allen fliegenden Kreaturen plus 1 plus 1 gibt. Fliegende Kreaturen hat man hier in erster Linie in Rot, Weiß und Blau. Wenn ich drafte und ein Fliegerdeck drafte, ist es tatsächlich häufig eher Rot-Blau mit möglichst den billigen blauen Fliegern, die 1 Mana Feen und ähnliche. Ich habe tatsächlich die Variante mit Weiß noch gar nicht so sehr gedraftet, aber es gibt gerade im 1 Mana Slot den Loyal Pegasus zum Beispiel. Der ist direkt halt 2-1 für 1 Mana, macht also gut Druck und hat Fliegen. Hat dann halt den Nachteil, dass du eine zweite Kreatur brauchst, die angreift. Aber da kommst du schnell hin. Ja, also das ist so ganz grob. Oben drüber über die anderen, da müssen die Kreaturen auch nicht so stark sein, wenn der Gegner sich schlecht blocken kann. Dann hätten wir im Grunde so Kontrolle Value. Also Effekte, also viel ETBs, halt auch gerade mit, wenn man den pickt, wie heißt der? Yarok, der die Enters the Battlefield Trigger verdoppelt. Ja, aber die Dual-Color-Karte, die dazu ganz gut passt, ist ja Tomb-Boundlich. Death-Touch-Lifelink, wenn er reinkommt oder Kampfschaden macht, zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Kann man also auch ganz gut mit Graveyard Effekten spielen. Blood to Bones ist auch eine Karte, die in den Farben ganz gut funktioniert. Also es ist im Grunde schwarz, blau, grün. Schwarz hat Removal Spells. Man hat die Möglichkeit, Counter zu spielen. Ja, man hat hier guten Enters the Battlefield Effekte. Solide Farbkombi. So und dann, was ich persönlich am liebsten spiele, hat man die Elemental-Kreaturen. Die tauchen vor allem in rot-grün auf, haben aber ein paar ganz, ganz starke blaue Karten dabei. Also das ist auch was, da spiele ich häufiger dreifarbig, wenn man die richtigen Karten kriegt. Eine der relevantesten Karten für die eigentliche Farbkombi, also rot-grün, ist Creeping Trailblazer, der allen Elemental plus 1 plus 0 gibt. Und das halt schon für 2 Mana 2, 2. Und der hat halt noch eine Activated Ability, dass der bis zum Ende des Zuges für 4 Mana plus 1 plus 1 für jedes Elemental, das du kontrollierst, bekommt. Also erstmal zählt der sich selber. Im Worst Case hast du also 4 Mana plus 1 plus 1. Aber schon bei 4 Mana plus 2 plus 2 wird das unglaublich explosiv. Oder es ist halt ein Mana-Sync, das bedeutet, du kannst halt, wenn ihr Ressourcen ausgetauscht habt, es wurde geblockt, du ziehst von oben so einen Creeping Trailblazer, kannst hinlegen. Und du hast halt immer was, wofür du deine Mana nutzen kannst. Da ist dann auch egal, wenn du da mit deinen 8 Flooded Mana hängst, du kannst etwas damit machen. So, was sind die besonders wichtigen blauen Karten hier? Also ganz klar, Risen Reef ist super stark da drin. Vor allem, wenn man dann in Kombination noch ein paar Elemental Token machen kann. Also eine ziemlich optimale Curve wäre Creeping Trailblazer in Risen Reef und dann in Scorching Trailblazers oder so. 4 Mana ist selber ein Elemental, bringt noch 2 weitere Elemental mit rein. Dann hat man unglaublich viel Value durch das Risen Reef. Man hat 2 Einser durch den Trailblazer. Also das ist eine sehr synergistische Art und Weise zu spielen. Also mit jedem Elemental wird dein Board besser. Lavakin Brawler ist auch so eine Karte, da kann man sagen, die wird auch mit jedem Elemental besser. Ist quasi schon eine 4 Mana, 3, 4, wird aber ganz schnell, ganz stark vorne. 4 in der Verteidigung ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und so eine Karte wie Frost Links ist eine super Unterstützung, um mal einen gegnerischen Blocker für 2 Runden loszuwerden, um sich Zeit zu verschaffen. Achso, und die Chandra Planeswalker sind auch ganz gut drin. Also der Rare Chandra Planeswalker macht selber Elemental. Aber auch der Uncome Planeswalker gibt halt einfach für Plus, Plus 2, Plus 0 für alle Elementals. Also da ist richtig, ich glaube, ich würde fast behaupten, wenn man da die richtigen Karten aufmacht, kann man da echt das stärkste Deck mit öffnen. Okay. Ich würde sagen, dann habe ich auch erstmal genug gelabert. Und ich fange mal an, ein bisschen zu draften. Untertitelung. BR 2018